hallo leute willkommen zurück bei peppers please neue folge für euch ja ich habe euch gesagt das kommt vielleicht zwei drei folge mehr oder so 233 mit sicherheit vielleicht an vierte folge noch die wo ich werde schauen wie das funktioniert mit die arbeit und videobearbeitung ich mache auch das projekt viel schneller ich schaue mal das ist auch nicht so viel arbeit für mich so wir sind jetzt mit 10 dollar aber ich werde sagen mama die heizung noch weil sonst werden die alle frieren in meiner familie und das ist auch nicht gut nach unten okay seit ein tag haben wir gar nicht gegessen jetzt zweiter tag ohne essen ich hoffe dass wir schaffen das auch in die familie okay let's go für die neue tage tag nr 8 jetzt kollegische stadtchef legt beschwert eine durchdustung von die grenz ohne rechtliche grundlage was wollen die chef von red stehen meint ich soll scannen alles so die kollegischen haben formell beschwert eingelegt ein diplomat die problematische gespräch auf aufsteben an das automatisch durchsuchen von bürger kolleg ist nicht lang autorisiert ist das kein problem diplomat bonotik für einreisen nur ein pass und ein gültige diplomatische akkreditierung aktualisieren information information zu dem ansprechendokument finden sie in dem fortschritt ok es lebt erst das klar ok ja die haben sich beschwert leider aber gesehen die haben noch terroranschlag gemacht ja was könnte man machen ok jetzt aber die lachte bitte ich bin dafür nicht schuldige man hat mich beratung auf die politische ok aha was ist das für eine diplomatische akkreditierung ok 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 jetzt von die problem für mich nicht aber ich muss noch schauen die sind jetzt alle mit der inhaber hat unbescheint zugang ok julio babo ok gut und man auch keine komplikation ok willkommen die nachste bitte zur bewegung jetzt papier bitte ich komme zu besuchen ok da war das offenthal ich bleibe hier acht wochen oh je acht wochen und das ist dann vor äh vor der ration ok schlinger ton 16 10 4 wo ja achte wo ja das sind zwei monat aber moment mal hahaha moment mal moment mal das ist wieder nicht gültig schaut ihr das an da war die namen noch nicht mal gültig hallo so da werden wir auch das so erstmal verrühren diese namen sind unterschiedlich Fingerabdrück so mit die Fingerabdrück könnte man auch lesen ok ok so geben ok da meine Fingerabdrück ok jetzt muss man prüfen Überranstimmung ok gut dann sie darf anreisen ok sie darf anreisen weil die namen ist vielleicht nicht gut aber die Papier Fingerabdrück sind gültig ok tschüss viel spaß ich hoffe dass ich mache keine Fälle nein alles ok ah schön wieder unser kollege hallo schön ich schön wieder frisst du dich mich zu sehen natürlich aber was ist das hier ein reisebelege gültig bis die 30.11 aber gut aber der der braucht etwas andere oder ein reisgemenige für rostländer ok aha ok da da ist ein anderer reisebeleg aber ich glaube nicht dass es dass es funktioniert so was oder ich muss gucken überranstimmung ok ah gut doch 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 oder ich weiß nicht ich bin auch überranstimmung ok gut gut scheint aber er hat keine kann eine reisgemenigung oder ja er hat wieder das nicht anreisgemenigung geht nicht mehr nein die hat mir so ein kerl verkauft der meint ja schon ja 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 ok nein schon wieder er will tricks er will tricks mit mir aber nein es funktioniert nicht abgelehnt du komm wieder mit dir eine reisgemenigung können sie ja nicht ja nicht wieder du bist ein netter kerl aber ich bin geschäftlich ja 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 geschäftlich ja keine ahnung er will mich wieder was verkauft ohne ende so papier bitte was ist ihre zweck meine anwesenheit hier wird verlangen wie wird verlangen ok dann muss man schauen ob ist alles korrekt diplomatische akkreditierung lucian luciana vargas ok aha aber die papiere sind nicht in ordnung aha schau dir das an da 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 ist auch wieder ein problem das keine überstimmung ja ok aber dann wo ist das jetzt weil jetzt haben wir komplikationen so ich habe komplikationen ich muss das auch richtig das machen keine überstimmung ja moment ich muss die beide nummer nehmen jawohl ihr legt eine die mir fällt die worte verhafte sie spinnvoll nein raus ja ja so jetzt mal dürfen wir nach der mitte jetzt normal muss ich wieder kredit was ist das der orden erwarten sie was ist das für ein ding das für ein ding haben sie das gesehen papier bitte wollen die mich kaputt machen aber jetzt die leute ich besuche verwandte ich bleibe einige monate ok aber ich muss erst mal aha er hat wieder aha moment moment mal da der wieder nicht alle papier ok 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 moment ich muss ihm zuhören weil übereinstimmung nein aha er braucht er braucht er kann nicht anreisen ich muss jetzt entweder ihm verhaft aber wie funktioniert das es wird nein keine übereinstimmung ok ja das piepste ok weil das ist auch bald feierabend oder ich bin auch leider nicht so schnell in einem spiel ja sie sie sehen auch das ich bekomme auch nicht so moment mal aber jetzt, wir haben ein Problem. Ich muss das ablehnen. Ich muss das ablehnen. Ich muss das ablehnen, weil da hat er keine. So, bitte sehr. Du reißt nicht. Ja, er reißt es nicht, oder? Person war eingereist, berichtet. Wer war in Verordnung? Wie, wie, wie? Normal braucht diese Person auch eine? Ah, okay, gut. Dann muss ich auch aufpassen, dann brauchen die nicht alle Kollegen, diese Diplomatie. Okay, so jetzt, Antwort der Föderation, okay. Was war dieses Weg für die vierzehn Tage? Okay. Moment mal. Samuel. Lockens. Okay, stimmt. Transit. Okay. Ah! Haha! Die Papiere ist wieder abgelaufen. Schaut ihr das an. Die Papiere ist wieder abgelaufen. Das gibt wieder Ärger für mich. Wenn ich achte, das auch nicht. So verröhren. Sie könnten nicht mit einem abgelaufen Dokument anreisen. Wovon reden Sie? Ja. Haha. Du? Sein Pass ist abgelaufen. Äh, nein, das war ihr nicht. Das war ihr. Alles Dokument muss aktuell sein, ja. Dieses Dokument ist abgelaufen. Was? Ich muss ein Irrtum? Äh, okay, der hat verlangt, aber ja, gut. Abgelehnt, Kumpel. So nicht mit mir. Hop, tschüss. Fahr doch nach Hause. Vor die Nacht, bitte. Ja, jetzt machen wir auch über Stunden, ich weiß nicht. Papier, bitte. Was ist ihr Zweck? Nur zu besuchen. Da war das Offenthal. Ich bleib 14 Tage, okay. 14 Tage, okay. Anreise bis die 15.12, okay. Okay, Moment mal. Ich muss noch schauen. Ah, die haben so viele Pass. Ich habe so viele Passen zu kontrollieren. Manchmal ist es auch nicht so praktisch. So. Hamilton Lorenz, Mannlich, okay. 19.5, 83, okay. Aber jetzt die beiden Nummern. Stimmt doch. Oder? Ja, 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 ja. Okay. Okay. Anreise geminigt von mir. Genehmig. Hoppla. Bitte sehr. Viel Spaß. So. Die Nachte, bitte. Werden wir auch nicht schlafen, oder? So, wer ist das? Papier, bitte. Okay. Ars Tosca. Wieder. Verwarnung. Warum? Fortschrift gesagt. Person war anreise. Äh, berechtige. Wer war das? Ich habe auch nicht geachtet. Ja, okay. Gut. Ich habe trotzdem jemanden vorbeigelassen. So, Ars Tosca. Paradis. Na, okay. Vierte Elfe. 1983. Ja. Okay. Stimmt auch. Dreckskorman. Oktavalli. Oktavallis. Vierte Elf. Na, okay. 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 Alles gut, Kumpel. Du darfst anreisen. So, bitteschön. Und tschüss. Und jetzt haben wir die... Die Tage nimmer 8 am Ende gemacht. So, aber jetzt. Ich habe wieder kein Geld mehr. Warum? Mit Nahrung. Ja, die Nahrung wird schon bezahlt. Aber, uah. Ah, doch. Ich habe wieder 20 Dollar. Aber, krank und krieg. Äh, Medikament. Uah. Nein, ich habe kein... Ich habe gar kein Geld zu viel. Ah, ich könnte auch nicht, äh, Nahrung, äh, Absorg und, äh, krank und krank und krieg und krieg. Ja, die, die müssen erst mal alle essen, ne? Aber, jetzt, äh, drei Personen sind krank. Oh. Was ist das? Leere. Leere, äh, könnte man etwas machen, hierher. Ich habe auch keine Ahnung. Leer... Leertast. Ah, okay. Ich weiß auch nicht. Ah, da, stimmt. Das stimmt. Äh, da ist auch dieser Kabinenmodus. Ich weiß auch nicht, was ist das? Müssen wir auch testen, oder? So, okay, gut. Wir gehen auf die nächste Arbeit. Oh, Ranking Collection ist achstos, äh, achstoskanischer Spion. Alle vermisste Gemälde wahrscheinlich tot, ne? Oh, oh. Da war ein Spion dabei. Ahaha. 1. Dezember 1982. Ja. Neue Tage für mich. So, ein verdeckt operierend Agent des Ministerium für Information ist entwarnet worden. Äh, das Ministerium für Grenzschüsse hat seine Dienst als Vermittler angeboten, mehr dazu später am ÖT getragen. Am ÖT getragen. Okay. Was ist das hierher? Was ist das hierher? Ah, ah, ja, ihr geht das. Okay. Aber was ist das hierher? Diese ÖC, äh, so, erstmal alles, äh, im Griff. So, hallo. Ja. Wer bist du? Bist du der Spion? Was? Nein. Ja, irgendwo ist ihn... Ich bin Wachter hier. Mein Name ist Kalenske. Die haben gesagt, ich kriege eine gute Post. Und dann, da ist dann also, der denkt, und jetzt verdiene ich so gut wie nicht. Als ob andere hier mehr verdienen. Ja, aber jetzt passt mal auf. Ich kriege einen kleinen Bonus, wenn du Leute an Buchtest, je mehr an Buchtest, desto mehr kriege ich. Aber fair ist das nicht, oder du sollst auch was kriegen. Also werde ich diese kleine Problem lösen. Für jeweils zwei Leute, zwei Leute, die, äh, äh, klingt für mich nach ein Geschäft. Du kriegst dein Geld, sobald die mich bezahlt haben. Machen wir das Beste raus. Okay, was soll das? Was soll das? Was soll das? Ich habe auch keine Ahnung. Soll ich die Leute einfach so, äh, an die Land schicke? So, was ist ihr Zweck? Anwenden. Okay. Ja gut, äh, anwenden. Äh, es ist auch nicht so viel Erklärung, ne? So, erst mal sehen. Unbegrenze. Anwenderung. Okay. Erik Bergstrom. Okay. Lauft alles gut. Mai an. Okay. Anreisgenehmigung. So, genehmigen. Und, bitteschön. So, jetzt ich versuche Tempo zu machen. Und, bitteschön. So, jetzt die Nacht, bitteschön. Ah, jajajaja. Ja, ich will Tempo machen. Vielleicht schaffe ich auch mehr. Vier, bitteschön. Aha. Ich komm zu Besuch. Da war das Offental. Aha. Ich bleib 8 Euro. Okay. 8 Euro und dann sind zwei Monate. Okay. Äh, aber die haben auch keine Genehmigung, äh, Spezial. Okay. Johan. Zwei Monate. Ja. Das war auch so gestanden. Zwei Monate. 13.12. Okay. Alles gut. Ich darf anreisen, weil das letzte Mal, ich habe auch gedacht, dass die haben keine Papiere. Die dürfen nicht mehr anreisen. Aber die dürfen anreisen. Nein. Fast ungültig. Ausstellen statt. Oh. Hahaha. Ich habe nicht so viel Zeit. Ihr, nehmen Sie. Passen Sie. Äh, drauf. Ich werde ein Hochstapler. Ich werde von einem Hochstapler verfolgen. Der tut so, als kein von einem Ministeriuminformation. Wenn Sie, geben Sie, ich sage es, bloß nicht verwechseln. Was ist das? Ich habe Papiere. Ja gut. Ich habe Papier jetzt bekommen. Ich habe auch keine Ahnung. Jetzt. Hahaha. Jetzt wäre das, äh, nicht mehr so lustig. Da, da kippt die Leute Papier und Papier. Ich komme hier nur durch, äh, nur durch. Okay. Ich bleib nur 14 Tage. Okay. Und Republiken. Okay. Das ist eine Frau. Okay. Aurora. 23.4. Ja, okay. Leslie Ranadi. Ja, okay. Transit. 14 Tage. Ja, sie hat auch gesagt Transit. Okay. Funktioniert. Funktioniert, Madame. Bitte sehr. Viel Spaß. So, die Nacht, bitte. Was? Passunggültig. Geschlecht. Verwarnung. Keine Bußgeld. Oje, oje. Jetzt muss ich achten. Jetzt, ich mache so viel Fehler jetzt. Auf einmal wieder zwei. Haha. So, okay. Jetzt muss ich achten auf alle Fälle. Leertast, prüfen. Verwärts, prüfen. Ah, okay. Ja, irgendwie mit dieser Leertast, ich weiß nicht. Man könnte etwas anderes machen, aber ich habe auch nicht so die Ahnung. Okay. Okay. Äh. Sie bleibt in Besuch drei Monate. Weiblich. Asle. Okay. 24.12.1980. Ja, gültig. Okay. Äh. Die Bild passt auch. Skal. Okay, gut. Genehmigen. Okay. Ja, jetzt ist schon, dass ich aber auch keine Fehler mehr gemacht habe, weil sonst wäre das mir auch wieder Geld kostet. Und sie haben auch gesehen, dass die Familie ist unkrieg und friert. So, Papier bitte. Ja, hallo. Papier bitte. Ihre Papiere, ja. Ich komme vom Ministerium. Sie haben etwas für mich. Ah, er gibt mir Geld. Ah, nicht schlecht. Okay. Ihre. Perfekt. Ah, nicht dieses Papier wollte er. Okay. Ich gebe Papier. Aber ich hoffe, dass ich werde auch nicht entdecken. Papier bitte. Was ist Ihre Zweck? Ich komme zu Besuch. Ich bleibe einige Wochen später. Äh, einige Wochen. Äh, einige Wochen später. Ja. Okay, Kolenchen. Das sind wieder die Leute, die auch... Yurko Stadt. Okay. 26.06.1983. Okay. Äh, DP. Aha. Das ist nicht gut, Madame. Fräulein. Sie haben auch kein richtiges Dokument dazu. Schaut ihr das an. Schaut ihr das an. Das sind auch nicht die gleiche Nummer. Äh, hopp. Verröhre. Die Ziffern stimmt nicht überein. Das muss Anfälle da sein. Arreste. Einen Moment bitte. Was ist denn jetzt los? Ja. Haha. Wieder verraftet. Raus. So, jetzt die Nacht. Jetzt wissen wir alle, dass wir sind auch knallhart. So, Papier bitte. So, Astoska wieder. Äh, ich muss auch wieder schauen. Und so, Astoska. Aus weiß. Okay. Brauche ich auch. Aus... Paradis... Paradisna. Okay. Okay. Dreckskomman. Okay. Weiblich. Äh, ja, weiblich ist das auch. Stimmt auch. Okay. Stimmt doch. Alles. Alles gut. Und tschüss. Mein Name ist Kornan Drecks. Sie haben nicht was, das mir gehört. Ah, ist das das hier? Was? Diese Papier? Sehr gut. Okay. Schnell lesen Sie. Ja. Okay. Und? Mehr? Und? Was soll ich dabei machen? Ah. So, bitteschön. Was ist dabei zu machen? Soll ich? Ja. Und? Und jetzt? Hallo, du blockierst mich? Jetzt. Soll ich das geben? Nein, das ist Geld von mir. Ja, was will sie jetzt? Ah. Schnell lesen zurück. Anbote. Astoska ist ein großer Land in der Hand an korrupte Führung. Der Krieg hat eine Regierung geregt, ein Paranoid gemacht. Davon können sie sich selbst überzeugen. Helfen sie uns, Astoska, uns eine Kette zu befreien. Der Ordner, der Stempel, Essigs. Okay. Und? Meiere. Verliere sie das nicht. Je, je, je. Okay. Gut. Gut. Wir haben wieder was. Ihre Familie braucht Medikament. Kabin verbessern. Tappt, Stempel, Balken aus, anfangen. Okay. Aber jetzt, ich habe mehr Geld. Oder? Nein. Die Medikamenten. Das werden alles automatisch bezahlt. Okay. Medikament. Nein. Ich habe auch wieder kein Geld. Okay. Führung. Gut. Nahrung, Eizung werden bezahlen. Wieder. Und? Ja. Das war's. Tag Nummer 9 ist abgeschlossen. Ja, dann mache ich auch diese Part hier am Ende. Das sind auch kurze Part immer. Aber ich will auch schaffen, mehrere Folgen zum Aufnehmen für den Spiegel. Dass wir sehen auch, wie das geht auch weiter. Okay. Ich bedanke mich noch für zu schauen. Ich wünsche euch alles gut. Und ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020